so leute letzter live stream aber ich würde mal sagen ich lag das als video hoch letzte chance bis dienstag einschließlich dienstag denn dienstag morgen kommt meine süße nach hause mit kindern dann sind drei wochen live stream rum dann habe ich täglich mehrfach live gestreamt und wir sind ungefähr bei 300 euro spende hochzeitsgönner und es sind 17 spender 14 davon nehmen teil und ich würde mal sagen wer jetzt noch ist einschließlich dienstag 5 euro mindestens spendet als hochzeitsgönner nimmt als dankeschön an der verlosung teil und zwar ein anderer seiner wahl für playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series oder pc für gta 5 online also ich glaube das kann man gut gebrauchen da ja auch das update kommt also wer wie gesagt über den spenden link unterm video noch der pay save paypal sofort überweisung visa mastercard oder vielleicht amazon geschenktgutschein karte mindestens fünf euro gönnt als hochzeitsgönner als spende damit ich endlich heiraten kann nimmt als dankeschön an der verlosung teil ja ich glaube das lassen wir noch mal dann halb dienstag noch mal laufen wenn jemand glaubt alter wenn ich 15 werde dann hey du mickey möchte nach elf jahren endlich heiraten und seiner besseren hälfte einen antrag machen wenn sie zurück ist aus der kur vielleicht möchtest du mickey ja mit einer kleinen spende als hochzeitsgönner helfen seinen letzten traum zu erfüllen alter da war schon wieder diese werbung aber ich habe die passt eigentlich auch gut dazu wie gesagt jeder nimmt dann teil ab 5 euro und wenn jemand glaubt aber nicht 15 bin oder so 15 zu 1 chance ist besser als bei jedem anderen youtuber wo so viele leute gespendet haben also viel glück denjenigen ich lasse es dann per zufalls generator auswählen und dann melde mich